Neckarau-Neu-Ostheim, Fähre zu folgen. Am Autobahnkreuz 2 Kreuzmannheim-Neckarau den rechten Fahrstreifen benutzen und den Schildern auf B38A Richtung MA Neckarau-Neu-Ostheim zu folgen, dann leicht rechts abbiegen auf die Auffahrt nach Flughafen. Leicht rechts abbiegen auf die Auffahrt nach Flughafen, dann auf B38A fahren. Dem Straßenverlauf von B38A anderthalb Kilometer folgen. Flickernheim-Neu-Ostheim-Neu-Stheim-Volge. Aber hier wird die Auffahrt nach Flughafen im